Herzlich Willkommen. Ich möchte im Folgenden versuchen, eine kleine Einführung in Leben und Werk von Melanie Klein zu geben. Wer ist Melanie Klein? Sie gilt als wichtigste oder einflussreichste Frau in der Geschichte der Psychoanalyse. Sie hat die Spieltechnik erfunden. Damit wurde es überhaupt erst möglich, Kinder, vor allem kleine Kinder, psychoanalytisch zu behandeln. Und während Sigmund Freud die Bedeutung des Vaters für die psychische Entwicklung des Menschen in vielen Schriften hervorgehoben hat, fokussiert Melanie Klein auf die Beziehung zur Mutter oder genauer gesagt auf die ganz frühe Beziehung des Säuglings zur Mutterbrust. Man könnte also sagen, wenn Sigmund Freud das Kind im Erwachsenen entdeckt hat, dann untersucht Melanie Klein den Säugling im Kind oder im Erwachsenen und versucht somit zu den frühesten und primitivsten Schichten des Seelenlebens vorzudringen. Was sie dort findet oder zu finden glaubt, das gibt meistens kein sonderlich schönes Bild ab. Eine innere Fantasiewelt voller roher Gefühle, Liebe, Aggressionen, Fantasien wie aus dem Horrorfilm und eine alles beherrschende Angst, die bei Melanie Klein zum ersten Motor der psychischen Entwicklung wird. Mit ihrem sehr radikalen Ansatz und einer enorm drastisch expliziten Sprache, Lacan nennt sie einmal polemisch eine inspirierende Innereienmetzgerin. Sie hat also zeitlebens für große Kontroverse gesorgt und bis heute scheiden sich die Geister an ihr. Ich denke, alles gute Gründe, um sich diese sehr außergewöhnliche Denkerin mal ein bisschen genauer anzuschauen. Das möchte ich versuchen, hier in drei Abschnitten zu machen. Im ersten Video soll ein kurzer historisch-biografischer Abriss von Klein gegeben werden. Danach möchte ich zwei ganz zentrale Begriffe aus ihrer Theorie darstellen, nämlich den der Spaltung und der projektiven Identifizierung. Damit das ein bisschen greifbarer wird, möchte ich ein historisches Beispiel dazu heranziehen, nämlich die Hexenverfolgung oder den Hexenwahn im europäischen Mittelalter. Ich hoffe, dass da die Theorie etwas plastischer wird. Im zweiten Video möchte ich mich dann der Welt der unbewussten Fantasien und des frühen Oedipus-Komplex bei Melanie Klein widmen. Da eignet sich ganz hervorragend der Science-Fiction-Klassiker Alien von Ridley Scott, um das ein bisschen zu bebildern. Im dritten und abschließenden Video möchte ich dann versuchen, eine kleine theoretische Zusammenfassung zu machen und Kleins zwei Positionen des psychischen Funktionierens darzustellen, um die Frage aufzuwerfen, welches Vermächtnis hinterlässt uns Melanie Klein und auch noch ein paar Literaturtipps anschließen. Viel Spaß beim Zuschauen! Melanie Klein wird am 30. März 1882 als jüngstes von vier Kindern in Wien geboren. Ihr Vater, Dr. Moritz Reitz, entstammt einer jüdisch-orthodoxen Familie aus Galicien und arbeitet als Arzt. Ihre Mutter, Lipussa Deutsch, einer Rabbiner Familie aus der Slowakei. Melanie Klein kämpft um die Anerkennung ihres Vaters und möchte wie er Medizin studieren. Nachdem sie 1903 Arthur Klein heiratet, muss sie diese Pläne aber aufgeben, weil für eine Ehefrau solcherlei Ambitionen in dieser Zeit nicht vorgesehen sind. Mit Arthur bekommt sie drei Kinder und wegen seines Jobs als Ingenieur ist die Familie zu häufigen Ortswechseln gezwungen. 1914 Geburt ihres Sohnes Erik, Tod der Mutter Lipussa. Der erste Weltkrieg bricht aus, ihr Mann Arthur wird eingezogen und kehrt gebrochen zurück. Die Ehe wird sich davon nicht mehr erholen. Klein beginnt, Kurzgeschichten und Gedichte zu schreiben und begeistert sich für die noch sehr junge Wissenschaft der Psychoanalyse, liest mit Begeisterung die Traumdeutung von Freud. Über die kleinen Kreise jüdischer Intellektueller kommt sie in Kontakt mit Sandor Ferenci, einem engen Vertrauten von Sigmund Freud, bei dem sie wegen wiederkehrender Depressionen ihre erste eigene analytische Behandlung beginnt. Ferenci bemerkt bald ihr großes Talent in der Beobachtung von Kindern und ermutigt sie, dieses weiter auszubauen und mit ihm an der noch sehr neuen Disziplin der psychoanalytisch orientierten Kinderforschung teilzunehmen. 1919 hält sie dann einen Vortrag vor der Ungarischen Psychoanalytischen Vereinigung über Kindesentwicklung, wo sie erste Schlüsse aus ihren Beobachtungen, vor allen Dingen aus den Beobachtungen ihres eigenen Sohnes Erik zieht und wird mit diesem Vortrag als Mitglied in der Ungarischen Psychoanalytischen Gesellschaft aufgenommen. Wohlgemerkt in einer Profession, die damals fast ausschließlich aus Männern besteht. Nachdem die Ehe ganz am Ende ist, entschließt sich ihr Mann Arthur für ein Jobangebot nach Schweden zu gehen. Melanie Klein zieht zusammen mit den Kindern nach Berlin und konzentriert sich hier auf ihre Ausbildung zur Psychoanalytikerin, die sie bei Karl Abraham erhält. Damals war man der Meinung, dass mit Kindern kein analytisches Arbeiten möglich ist, weil das bekannte Setting, jemand liegt auf der Couch, ist am freien Assoziieren oder erzählt aus seinen Träumen mit Kindern nicht sinnvoll umzusetzen ist. Melanie Klein setzt sich über dieses Diktum sehr schnell hinweg und entwickelt eine eigene Technik, nämlich das freie offene Spiel mit Kindern, das relativ analog zur freien Assoziation der Erwachsenen gedeutet und analytisch interpretiert werden kann. Ihr Ansatz stößt bei vielen Berliner Kollegen nicht unbedingt auf Wohlwollen, nicht nur, dass sie kleinen Kindern bereits starke, aggressive und auch sexuelle Fantasien unterstellt. Sie bespricht diese Fantasien auch mit den Kindern, was als recht anstößig empfunden wird. Gleichzeitig steigt ihr Einfluss in England, nachdem eine Gruppe von relativ einflussreichen Intellektuellen und Künstlern, Virginia Woolf ist die bekannteste, ihre Schriften ins Englische hat übersetzen lassen. Sie wird eingeladen von der englischen Psychoanalytischen Vereinigung für eine sechsteilige Vortragsreihe und trotz ihres starken Akzents und ihrer für den englischen Geschmack enorm schrillen Hüte, wird diese Vortragsreihe ein großer Erfolg. Nach dem Tod von Karl Abraham 1926 zieht sie dann von Berlin nach London, wo sie von den dortigen recht exkürieren, tierfreudigen Kollegen und Kolleginnen offen aufgenommen wird und ihre Ideen als originell, aber sehr interessant aufgenommen werden. In London folgt ein sehr produktives Jahrzehnt für Melanie Klein. Sie baut ihre Praxis aus, veröffentlicht jedes Jahr neue Schriften und ist bald aus dem Kreis der englischen Kollegen und Kolleginnen nicht mehr wegzudenken. Parallel dazu entwickelt sich in Wien eine andere Strömung der Kinderanalyse, die vor allem mit dem Namen Anna Freud verbunden ist und sowohl in Technik als auch theoretischen Grundannahmen sich deutlich von dem Ansatz Melanie Klein unterscheidet. Um zu klären, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind, werden Austauschvorträge gehalten zwischen dem Wiener und dem Londoner Institut 1935 und 1936. Es wird aber deutlich, so richtig kommt man nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Als dann die Nazis 1938 Wien besetzen, flieht die Familie Freud, also Sigmund Freud, Anna Freud und ein großer Teil der Wiener Psychoanalytiker nach London, wo sie von ihren Kollegen aufgenommen werden. Durch die nun erzwungene Nähe verschärfen sich die Konflikte zwischen den zwei sehr unterschiedlichen Positionen. Melanie Klein baut in dieser Zeit ihre eigene Theorie immer weiter aus, was von den Wiener Kollegen und Kolleginnen immer mehr als ein Angriff auf die reine Lehre Sigmund Freuds empfunden wird. Nach dem Tod Freuds 1939 kommt es immer mehr zur Frontenbildung zwischen dem Kreis um Anna Freud und den Mitarbeitern von Männern in die Kleinen, während der größte Teil der englischen Psychoanalytiker-Eigentlichkeit der Lust hat, sich hier auf einer Seite verorten zu müssen. Anfang der 40er Jahre, mitten während des Zweiten Weltkriegs, entstehen daraus die sogenannten Controversial Discussions, die nach dem Tod der Beteiligten inzwischen in zwei dicken Bänden publiziert sind. Das war eine Art theoretischer Schlagabtausch oder auch offener Machtkampf um Einfluss, vor allen Dingen den Einfluss, wer darf wen ausbilden, mit welcher Lehre. Diese Diskussionen sollten für Klärung sorgen und enden schließlich in der Spaltung der psychoanalytischen englischen Gesellschaft in drei Gruppen. Die sogenannten Kleinianer, die Anna Freud Anhänger und die größte, die sogenannte Middle Group oder Independence, die also keine Lust haben, sich hier einordnen zu müssen in eine dieser beiden Positionen. Man schließt ein sogenanntes Gentleman Agreement, das heißt, alle drei Gruppen sind gleichberechtigt an Entscheidungen und an Ausbildung und Lehre beteiligt und keine Gruppe versucht, über die andere irgendwie die Überhand zu gewinnen. 1946 veröffentlicht Melanie Klein dann mit einigen Bemerkungen über schizoide Mechanismen eine ihrer wichtigsten und einflussreichsten Arbeiten, in denen sie ihr Konzept von Spaltung und projektiver Identifizierung detailliert ausarbeitet. Es folgen acht weitere Arbeiten, bis dann 1957 mit Neid und Dankbarkeit die letzte große theoretische Abhandlung veröffentlicht wird, die nochmal für große Kontroverse sorgen wird. Klein stirbt 1960 an den Folgen einer Krebserkrankung und ein Buch, an dem sie bis wenige Tage vor ihrem Tod gearbeitet hat, wird dann posthum veröffentlicht, nämlich Darstellung einer Kinderanalyse, wo sie über eine viermonatige Analyse eines zehnjährigen Jungen berichtet, das Klein Richard. Diese Therapie hat 1941 stattgefunden und wird Stunde für Stunde inklusive aller Zeichnungen detailliert als Buch veröffentlicht, dass man sozusagen ihre Arbeit live im Prozess miterleben kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beginnen möchte ich mit zwei zentralen Begriffen im Kleinischen Werk, Spaltung und projektive Identifizierung. Beide hängen eng zusammen und beschreiben Abwehrmechanismen des frühen Ich. Was heißt das? Wie macht sich der Mensch in den ersten Lebensmonaten einen Reim auf die Welt oder wie bringt er eine gewisse Struktur oder erste Ordnung in ein überwältigendes Chaos von Sinnes eindrücken? Klein charakterisiert das frühe Welterleben als einen raschen Wechsel zwischen sehr gegensätzlichen Zuständen, satt und hungrig, wach und schlafend oder auf der psychischen Ebene einem Gefühl von Integration oder Desintegration, aus dem subjektiven Erleben gesagt, einem Gefühl von Zufriedenheit, von Erfüllung, von Liebe oder auf der anderen Seite einem Gefühl auseinanderzufallen, von Aggression, Panik. Eine Umwandlung dieser sehr kontrastierenden Schwarz-Weiß-Gegensätze in verträglichere Formen ist laut Melendie Klein nur über das Objekt möglich, auf das das Baby und der Mensch im Allgemeinen nicht nur physisch, sondern auch psychisch existenziell angewiesen ist. Was ist das Objekt? Das ist der Helfen der Andere, also ein Erwachsenes Gegenüber und häufig in den ersten Lebensmonaten ist das die Mutter, von dem das Baby ja bis vor kurzem noch Teil des Körpers war. Nach kleinen Bestehen also von Geburt an primitive erste Beziehungen zu äußeren Objekten, deswegen gilt Klein auch eine der Gründerinnen der sogenannten Objektbeziehungstheorie. Diese Beziehungen zu den äußeren Objekten sind aber noch nicht differenziert oder dass die Mutter als eine ganze Person wahrgenommen werden kann, sondern Melanie Klein nennt das Teilobjektbeziehung. Teilobjektbeziehung, was soll das heißen? Der Prototyp bei Melanie Klein ist immer die Beziehung zur Mutter und die Mutter wird in diesem Stadium nicht als eine ganze Person wahrgenommen, wie soll sie auch, sondern die Teilobjektbeziehung ist die Beziehung zu einer bestimmten Funktion der Mutter, zu einer wichtigen Funktion, nämlich zu ihrer Brust und ihren nährenden oder frustrierenden Qualitäten. An diese sehr primitive erste Beziehungsform zur Mutterbrust heften sich laut Klein sofort die rohesten und frühesten Gefühle, nämlich Liebe und Aggression und beeinflussen diese Beziehung grundsätzlich. Diese sehr heftigen, aggressiven Impulse gegenüber der Mutterbrust, zum Beispiel wenn die Brust nicht da ist oder wenn das Stillen nicht richtig funktioniert, werden laut Klein vom frühen Ich als sehr bedrohlich empfunden und müssen deswegen von den guten Impulsen oder Gefühlen gegenüber der Brust weit getrennt gehalten werden. Das wird möglich durch den psychischen Mechanismus der Spaltung, wobei Spaltung immer bedeutet, dass Ich und das Selbst wird gespalten, aber auch das Objekt wird gespalten. Was soll das heißen? Die aggressiven Impulse des Babys werden als bedrohlich erlebt und werden also abgespalten, das heißt, sie gehören nicht mehr zu mir. Was passiert aber mit ihnen? Sie werden nach außen projiziert. Was heißt nach außen? Auf die Beziehung zur Brust. Damit ist das Erleben der Brust nun gespalten in zwei Teile, nämlich in eine ganz gute und in eine ganz böse Brust. Um beide Seiten auseinander zu halten, werden beide Qualitäten sozusagen übertrieben. Es gibt dann eine ganz gute, eine idealisierte Brust und eine ganz böse, verfolgende Brust. Von außen, also objektiv, kann man sagen, das ist doch beides mal die gleiche Mutter mit der gleichen Brust bzw. die frustriert eben und die erfüllt. Die hat beides, aber subjektiv von innen erlebt, wird das als zwei völlig unterschiedliche Zustände, sowohl im Selbsterleben als auch im Erleben des Objekts. Das heißt, mit dem Mechanismus der Spaltung geht immer auch die projektive Identifizierung einher, eigene aggressive Anteile des Babys, die abgespalten werden, werden nach außen projiziert aufs Objekt. Das Objekt wird mit diesem Affekt identifiziert und der Affekt, mein eigener Affekt, kehrt mir sozusagen von außen als böser Verfolger wieder. Oder noch mal anders formuliert, das noch sehr unreif entwickelte Ich kann noch keine Ambivalenz, keine Gefühlsambivalenz ertragen. Das heißt, es gibt entweder schwarz oder weiß und dass ich einem Objekt gegenüber und so einem wichtigen Objekt wie der Mutter gegenüber diese sehr widersprechenden Gefühle habe, kann noch nicht integriert werden und deswegen werden die auseinandergehalten. Es geht also um den Verbleib der aggressiven Regungen, die sozusagen ihren Aggregatszustand ändern. Sie sind jetzt nicht mehr in mir und gehören zu mir, sondern sie gehören außen zum Objekt und sie werden dann immer paranoid erlebt, nämlich als verfolgend von außen. Sie sind hinter mir her. Oder um es noch mal ein bisschen anders zu formulieren, das frühe Ich kann nicht nur keine Ambivalenz aushalten, sondern auch keine Abwesenheit denken. Das heißt, alles ist immer da, alles ist immer präsent. Entweder die gute Brust ist da, wenn ich gestillt bin, wenn alles gut geklappt hat, wenn der Hunger gestillt ist. Oder die böse Brust ist da und verfolgt mich. Das heißt, die gute Brust ist noch nicht so weit verinnerlicht, dass sie vermisst werden kann, dass an sie gedacht werden kann, sondern meine eigene Aggression wird immer als paranoid verfolgend von außen erlebt. Es ist immer alles da, entweder gut oder schlecht. Es gibt keine Abwesenheit. Auch wenn in einer guten oder liebevollen Mutter-Kind-Beziehung diese sehr rohen Gefühlszustände schon innerhalb der ersten Monate sich schnell zu besser integrierten Formen umwandeln, ist das laut Melanie Klein keine Entwicklungsstufe, die ein für allemal überwunden wäre, sondern diese Art des Welterlebens oder des psychischen Funktionierens, dass die eigene Aggression nicht zu mir gehörig, sondern von außen als verfolgend wahrgenommen wird, die bleibt das ganze Leben über unterschwellig wirksam und kann in diversen Situationen wieder die Oberhand gewinnen. Sei es in Phasen starker Trauer oder in klinischen Manifestationen wie Psychose oder Borderline-Zuständen. Und meine Mutter hat immer hinter mir gestanden, sie bereut's auch nicht. Ich weiß, dass wenn ich alt bin und Mama noch älter hält, sie immer noch zu mir, als wär sie mein Zuhälter. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Ich möchte versuchen, diese recht abstrakten Konzepte ein bisschen greifbarer zu machen mit einem historischen Beispiel, nämlich mit der Hexenverfolgung im Mittelalter. Warum gerade dieses Beispiel, Melanie Klein selber hat zu Hexenverfolgung und überhaupt zu geschichtlichen und gesellschaftlichen Phänomenen relativ wenig bis gar nichts veröffentlicht. Sie zieht ihre Beispiele in der Regel aus der analytischen Behandlung von Kindern und Kleinkindern oder auch aus der Behandlung von psychotischen Patienten. Das ist allerdings ein Erfahrungsschatz, den, glaube ich, viele Zuschauer nicht teilen oder nicht nachvollziehen können. Während, das ist zumindest meine Ansicht, die Hexenverfolgung als historisches Phänomen doch den meisten so ein bisschen vertraut ist und man da vielleicht besser anknüpfen kann. Deswegen soll das hier als Beispiel herangezogen werden und ich möchte mich da auf eine Studie von Evelyn Heimann beziehen, einer Psychologieprofessorin, die als Buch veröffentlicht ist und von der ich die meisten Inhalte beziehe. Historiker gehen von insgesamt 40.000 bis 60.000 ermordeten Menschen im Rahmen der Hexenprozesse aus. Das ist an Betracht der damaligen Bevölkerungsgröße eine unglaubliche Zahl. Die Höhepunkte der Verfolgung ungefähr 1550 bis 1650 und in der Forschung unumstritten 80 Prozent der Verfolgten sind Frauen zu dieser Zeit. Die Hexenverfolgung wird eigentlich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten begrüßt oder auch gefordert. Auch so bekannte Theologen wie Martin Luther sind glühende Verfechter der Hexenverbrennung. Die Ursachen für die Hexenverfolgung sind sehr, sehr vielfältig, variieren dann auch nochmal von Region zu Region. Wir haben kulturgeschichtliche und religiöse Faktoren, Machtpolitik, nationalistische Faktoren, persönliche Bereicherungen. Alles wird immer angeheizt von gesellschaftlichen Krisen, sei es Hungersnöte, sei es sowas wie die Pest, sodass also über eine lange Zeit die Hexenverfolgung zu so einem Massenphänomen werden kann. Im Hinblick auf Melanie Klein soll uns eher das affektive Moment interessieren. Das heißt die Frage, warum werden eigentlich gerade vor allen Dingen alte und mittellose Frauen so sehr gefürchtet, dass man meint, man müsse sie verbrennen und verfolgen? Wie entsteht kollektiv und gesellschaftlich so ein Bild von einer abgrundtief bösen, mächtigen Frau, die man so fürchten muss? Und warum ist das Quälen und letztendlich kollektive Vernichten der vermeintlichen Hexen für viele Menschen so ein, man muss fast schon sagen, Genuss oder eine Erleichterung, sich das wie ein Volksfest anzuschauen und danach zufrieden nach Hause zu gehen? Wie lässt sich das eigentlich erklären? Betrachten wir zunächst das kollektive Bild der Hexe. Was macht die Hexe im Erleben der Menschen so gefährlich, dass man sie aufspüren und vernichten muss? Was sind ihre Eigenschaften? Neben dem Vorwurf des Pakts mit dem Teufel, der durch Geschlechtsverkehr der sogenannten Teufelsbuhlschaft besiegelt wird und dem Vorwurf des Hexensabbat, fürchten die Menschen vor allen Dingen das Maleficium, also den Schadzauber. Ein Beispiel für diesen Schadzauber, befähigt durch die Kräfte des Teufels, raubt die Hexe Milch von dem Vieh der Geschädigten. Das macht sie, indem sie ein Messer in die Wand treibt und dann dieses Messer melkt, wie man sonst die Zitzen einer Kuh melkt. Also offenbar ein orales Thema. Vor allen Dingen zerstört die Hexe aber durch Wetterzauber oder Viehzauber. Die Menschen fühlen sich also ökonomisch und gesundheitlich komplett in ihrer Existenz bedroht. Die Hexe ist also abgrundtief böse. Es gibt keine guten Seiten, sie ist sehr mächtig und die Angst vor ihr ist immer paranoid. Was heißt das? Die Ernte ist schlecht, es war die Hexe. Das Vieh stirbt, es war die Hexe. Wer bringt die Pest, wer macht den Mann impotent, wer macht die Frau unfruchtbar, es ist immer die Hexe. Es gibt keine Zufälle mehr, alles was passiert, egal ob real oder in der Fantasie befürchtet, es ist immer die Hexe. Das heißt, jedes Unglück wird auf paranoide Art und Weise mit der Hexe in Verbindung gesetzt. Es fällt auf, wir haben hier ein Bild von einer abgrundtief bösen Person. Es gibt keine Ambivalenz, es gibt keine Grautöne. Um von einer Schwaltung im Sinne Melanie Kleins auszugehen, müsste man sich nun fragen, wenn es eine ganz und gar böse Figur gibt, gibt es dann auch ein Gegenstück dazu, nämlich eine ganz und gar gute? Zeitgleich zur Hexenverfolgung blüht der religiöse Kult um die Maria, um die Mutter Gottes. Maria ist alles, was die Hexe nicht ist. Sie ist ganz gut, sie beschützt die Menschen, sie spendet Trost und Gesundheit. Sie ist nicht mit dem Teufel, sondern mit der guten Macht Gottes im Bunde. Man könnte daraus ableiten und Heimann tut das. Es gibt hier eine starke Aufspaltung eines Mutterbildes in eine ganz böse, verfolgende Hexe und eine ganz gute, beschützende, übrigens auch sexuell total reine Maria. Die Vorstellungswelt der Menschen ist also extrem gespalten. Wie wir bei klein gehört haben, keine Spaltung ohne projektive Identifizierung. Das heißt, es ist sinnvoll, sich ein bisschen genauer das Verhältnis zwischen den Hexenbeschuldigern und den Frauen, die als Hexen beschuldigt werden, sich anzuschauen. Dann beginnen wir mit den letzteren, nämlich den Frauen, die beschuldigt werden, Hexen zu sein und die paranoid gefürchtet werden. Laut Heimann trifft die Hexenverfolgung am Anfang vor allen Dingen alte, mittellose Frauen. Später verselbstständigt sich der ganze Prozess dann, weil man jeden als Hexe beschuldigen kann, weil Leute unter Folter gezwungen werden, andere Leute als Hexen zu beschuldigen. Da wird es dann etwas breiter, die Verfolgung. Am Anfang sind es alte, mittellose Frauen. Diese Frauen sind durch gesellschaftliche Krisen in Armut geraten. Alt ist man damals schon mit 40 Jahren und sie leben in der Regel von Almosen und sind alleinstehend. Eine andere Theorie, dass als Hexen vor allen Dingen alte, weise, kräuterkundige Frauen beschuldigt wurden, die die Kirche zum Beispiel als Konkurrenz ausschalten wollte, das ist inzwischen von der Forschung widerlegt. Das heißt, es sind wirklich total sozial randständige, arme, mittellose, alleinstehende Frauen. Warum werden gerade solche Frauen so gefürchtet? Die Angst vor ihnen scheint also wirklich komplett im Bereich der Fantasie zu liegen. Daher scheint es sinnvoll, eher auf der Seite der Hexenbeschuldiger nachzuschauen. Wie kommen sie auf solche Fantasien? Der englische Historiker Keith Thomas arbeitet aus der Mehrheit der dokumentierten Hexenbeschuldigungen ein einfaches Muster heraus. Eine gesellschaftlich besser gestellte Person verweigert an der Tür einer alten Bettlerin die erbetenen Almosen. Das ist ganz klar ein Verstoß gegen die damalige Moral der Nächstenliebe. Das wissen auch beide Seiten. Das heißt, die Bettlerin hätte allen Grund, jetzt auf den Almosenverweigerer wütend zu sein. Wäre moralisch im Recht. In die Theorie Kleins übersetzt, die Person, die der Bettlerin die Almosen verweigert, begeht ihr gegenüber einen aggressiven, einen bösen Akt, der aber dann projektiv an die Bettlerin entsorgt wird. Die Bettlerin ist dann nicht mehr eine zurückgewiesene, arme Frau, sondern eine böse, verfolgende Hexe geworden. Vielleicht kennen einige Zuschauer auch von sich selber das Gefühl, von Bettlern genervt zu sein oder sich bedrängt zu fühlen, was oft sehr viel mehr mit dem eigenen schlechten Gewissen oder einem Schuldgefühl zu tun hat, als mit dem tatsächlichen Verhalten der Obdachlosen. Hier sehen wir wieder den engen Zusammenhang von Spaltung und projektiver Identifizierung. Wir haben die Spaltung des Mutterbildes in eine ganz böse, verfolgende Hexe und eine gute, schützende Mutter Jesu, die Maria. Diese alte, mittellose Frau wird nun also projektiv mit den eigenen Aggressionen, auch mit eigenen Schuldgefühlen aufgeladen und nun als Verfolger gefürchtet. Am Beispiel der Hexenverfolgung lässt sich recht gut darstellen, wie der Mechanismus der projektiven Identifizierung nicht nur etwas ist, was im Innern des Subjekts vor sich geht, also die Person, die jetzt Angst hat vor Hexen, sondern auch immer eine sehr starke interpersonelle oder auch kollektive Komponente hat. Das, was ich nämlich projiziert habe, eigene Aggression, ist ja nicht einfach weg, sondern wird nun ständig paranoid gefürchtet. Ich fühle mich ständig verfolgt von der Hexe und das muss ich jetzt irgendwie unter Kontrolle kriegen und notfalls eliminieren. Das äußere Objekt, in diesem Fall die Hexe, von der ich mich nun konstant verfolgt fühle, dem muss ich zuvor kommen, bevor sie mich vernichtet, muss ich die Hexe vernichten. Das Ganze wird also wie eine Art von Notwehr erlebt. Die Aufgabe, die eigene projizierte Aggression am Objekt unter Kontrolle zu bekommen und das Objekt zu zwingen, sich damit zu identifizieren, das übernimmt dann kollektiv der Hexenprozess. Die damalige Rechtsprechung sagt, niemand darf verurteilt werden ohne ein Geständnis, es muss also ein Geständnis her. Wie macht man das jetzt bei den Hexen? Bisher war es geltendes Recht, dreimal wird gefoltert. Wenn man dann immer noch seine Unschuld beteuert, dann gilt man auch als unschuldig. Diese Regelung wurde für die Hexen aufgehoben. Die Hexen konnten also so lange gefoltert werden, bis sie gestehen, bis sie sich mit dem Projizierten identifizieren. Das heißt, bei der projizierten Identifizierung wird also nicht nur im Inneren das Objekt mit der abgespaltenen Aggression identifiziert, sondern auch draußen in der Realität wird das Objekt jetzt gezwungen, sich damit zu identifizieren und zu gestehen. Die Frauen wurden unter der Folter gezwungen, immer mehr Details über ihr Hexenleben, über ihren Hexensabbat preiszugeben, das heißt, selber Fantasien zu erfinden, um dieses Projizierte zu bestätigen. Und man kann annehmen, dass das bis zu dem Punkt hingegen, dass die Leute selber geglaubt haben, dass sie Hexen sind, dass sie sich also selber komplett mit dieser Rolle identifiziert haben, die auf sie projiziert worden ist. Wer gern tiefer in die psychologischen Ursachen der Hexenverfolgung einsteigen möchte, dem soll dieses Buch von Evelyn Heimann empfohlen. Denn die Autorin versucht auch zu ergründen, warum gerade in diesen Generationen die Spaltungsmechanismen so vorherrschend waren. Sie bezieht das auf das Aufkommen der Armenwesen und frühkindliche Traumatisierung. Das kann man also, wenn man möchte, gerne vertiefen. Den Link zum Buch und auch eine Besprechung des Buches findet sich unter dem Video in den Kommentaren. Dort habe ich auch noch einen anderen Link angefügt von einem australischen Anthropologen, der zu modernen Hexen- und Zaubereivorstellungen forscht und dabei auch auf die Theorien von Männerly Klein gestoßen ist. Im nächsten Video möchte ich dann die Welt der unbewussten Fantasien und des frühen Oedipus-Komplexes vorstellen. Da sind es dann nicht mehr die Hexen, sondern das Alien aus Ridley Scotts gleichnamigen Film. Soweit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hoffentlich.